Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Von mir gibt es unser 11 Produkte Aufbrauch mit der Dörte. Ich habe einiges geschafft und bin super aufgeregt, euch das mitzuteilen. Und zwar fangen wir mal an mit dem Catrice Augenbrauenstift. Ich zeige mal, wie lang er war. Der war noch bis dahin im Juli. Im August ist er jetzt nur noch so. Da ist einiges von weg. Ich meine, ich benutze ihn jeden Tag. Jeden Tag. Jeden Tag auch heute. Und wenn man was ergiebiges haben möchte, sind diese Stifte optimal. Natürlich weiß ich nicht, wie viel da noch drin ist. Bestimmt nicht bis da unten. Und bis da unten kann ich ihn auch nicht spitzen. Aber davon sind 0,4 Gramm leer. Denn der Vogue 2,8 wiegt jetzt 2,4. Also sind 0,4 Gramm leer. Ich habe das jetzt auch alles runtergedingstert, weil es macht einfach keinen Sinn. Genau. Da ist noch was drin. Das ist mein Produkt, was noch nicht leer gegangen ist. Dann haben wir den Estée Lauder Kajalstift. Der ist so vierzelchen. Man sieht auch da einen deutlichen Fortschritt. Hier. Das ist der Stift. Da war ich vorher. Und jetzt bin ich an der Hälfte sozusagen. Und das Stift ist für mich aufgebraucht. Denn ich kann damit nichts machen. Ich habe den auch mehr für die Lippen benutzt als für meine Augen. Denn das hat einfach nur rumgekratzt. Den fand ich gar nicht so gut. Aber der ist jetzt leer. Basta. Da habe ich nochmal 0,5 rausholen können. Der wiegt jetzt nämlich 1,5 Gramm. Dann haben wir den Essence Contour Stick. Den habe ich aufgebraucht. Mein zweites aufgebrauchtes Produkt. Immer schön großzügig hier aufgetragen. Dort und hier. Sonst konturiere ich nichts. Wenn ich das jetzt benutze, kratze ich nur noch rum. Er ist komplett aufgedreht. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Und seid nicht ganz so. Kratze das Ding aus. Der wog vorher 18 Gramm. Wiegt jetzt 17,3. Somit habe ich 0,7 Gramm aufgebraucht. Und das ist schon mein zweites geschafftes Produkt. Ja. Dann machen wir doch mal schon mal Abstriche. NYX. Diese zwei Puder, die ich drin hatte. Aus der NYX Face Palette. Die habe ich auch aufgehoben. Den Rest habe ich fast weggeschmissen. Das sind jetzt diese Puder. Ich habe jetzt eine andere Pfanne, weil ich schon was anderes reingepresst habe in die andere Pfanne. Das sind diese zwei Puders gewesen. Da habe ich nochmal 2,7 Gramm aufbrauchen können. Das war ein Produkt. Somit habe ich drei Produkte schon aufgebraucht. Auch das darf ich streichen. Denn vorher hat es 8,6 gewogen. Jetzt wiegt es 5,9. Und somit habe ich 2,7 Gramm aufgebraucht. Dann haben wir den Essence Primer. Da konnte ich noch nicht so richtig verstellen. Wo das eigentlich ist. So. Ich vermute, er ist jetzt hier. Ja. Das scheint mir schon so danach, dass er jetzt hier dieses Stück habe ich aufgebraucht und 4 Wochen. Es sind fast genau 4 Wochen. Also vielleicht 4 Tage mehr. Aber sozusagen heute ist der 16. Eigentlich ist ja unser Projekt immer am 11. Ich weiß auch gar nicht, ob Dörte was hochgeladen hat. Ich habe nichts gesehen. Vielleicht habe ich auch keine Benachrichtigung gekriegt oder es nicht. Auf jeden Fall wiegt das Ding. 23,4 hatte vorher 30,5. Jetzt habe ich aufgebraucht 7,1 Gramm. Und ich finde für 4 Wochen, ich bin jeden Tag. Man braucht einfach nicht viel. Man braucht auch keine 30.000 Primer, ne. Das ist mein zweites Produkt, was noch drinne ist. Dann haben wir den Catrice Blush. Auch das ist natürlich noch drinne. Den habe ich nicht aufgebraucht. Aber ich habe fast 1 Gramm aufgebrocht. Nämlich 0,9 Gramm in 4 Wochen. Das ist der Catrice Blush in der 020 Flamingo in San Dingo oder so. Da habe ich, ähm, es hatte 38,8 Gramm, hat jetzt 37,9. Somit habe ich 0,9 Gramm aufgebrocht. Und ich hoffe, den Fortschritt erziele ich auch im nächsten Monat. Dann ist es in 10 Monaten leer. Ich würde ihn sogar austauschen, wenn ich ein, ähm, ja, ein Hitte Pen erziele. Dann darf er auch schon weiter wandern. Denn ich habe vor, eigentlich ganz viele Hitte Pens dieses Jahr noch zu bekommen. Und nächstes Jahr komplett damit anzufangen, Hitte Pens zu erreichen. Das ist mein drittes Produkt, was noch enthalten ist. Dann haben wir die MAC Foundation. Auch die ist natürlich leer gegangen. Den unteren Rest kriege ich leider nicht raus. Das war eine solide, wirklich gute Foundation, meiner Meinung nach. Ach, es hat mir sehr gut gefallen. Ähm, da habe ich 8,9 Gramm aufgebrocht. Auch die ist leer. Die hat nämlich vorher 81,3 gehabt. Jetzt wiegt sie 72,4. Somit habe ich 8,9 Gramm aufgebrocht. Das ist jetzt mein viertes Produkt, was ich aufgebraucht habe. Hey, ich wurde erfolgreich. Ähm, dann haben wir das Lacom-Öl. Auch da sieht man einen Fortschritt. Es ist nicht so, ich habe das in zwei Tagen geschafft. Weiterhin benutze ich das wahrscheinlich nicht. Ich sortiere es aus. Es macht für mich keinen Sinn. Ich mag es einfach nicht. Es läuft, wenn ich zu viel davon benutze, läuft es mir hier in die Rillen. Es kommt in den Müll. Mh, mh. Damit mag ich mich nicht rumquälen. Stattdessen kommt einfach ein Lip Liner von, ähm... Lip Liner von P2 mit rein. Den werde ich auch gleich wiegen und euch dann sagen. Das ist nämlich, genau, Austausch. Das ist, ähm... Den Lippenöl... Ja, da habe ich nämlich, ähm... 0,6 Gramm erzielt. Aber das ist es mir einfach nicht wert, mich damit rumzukehren. Es gibt einfach Dinge, die braucht kein Mensch. Und ich wiege jetzt mal kurz das P2-Teil hier. P2 Lip Liner. 4,5 Gramm. 4,5 Gramm wiegt das aktuell. Genau. Ich messe das Ding auch mal ab. P2... Lipp Liner der Farbe, ähm... 0,36. Jedenfalls steht es da. Oder es ist nur 36 Monate haltbar. Ja, auch. Also, das tausche ich jetzt aus, ne. Ist klar. Dann ist das mein viertes Produkt, was da drin ist. Das habe ich jetzt gestrichen. Mama, warte! Dann haben wir den... Mama, du musst einmal warten. Das hier. Mama! Dann haben wir von Love dieses Tiegelchen hier. Das ist so ein Bräuner. Da habe ich tatsächlich, ähm... 1,7 Gramm aufgebraucht. Das kommt mir so viel vor irgendwie. Es riecht auch nicht mehr ganz so gut. Ich versuche es jetzt hier leer zu machen. Ich habe das in Hamburg gar nicht benutzt. Werde ich jetzt mich dran machen, da der Konturstick ja leer ist. Und ich somit, ähm... Ja, ein fünftes Produkt dann drin habe. Dann haben wir den Bäcker Bronzer. Da ist nicht ganz so viel passiert. 0,7 Gramm habe ich da aufgebraucht. Ja, man erkennt nicht viel, würde ich sagen. Aber ich bleibe einfach dran. Das ist mein sechstes Produkt. Und dann haben wir von Models Co. Highlighter. Das ist dieses Schätzchen hier. Da ist einiges passiert, aber auf der Waage ehrlich gesagt nicht. So. Das ist dieses Schätzchen. Man sieht, ich habe das rosa sehr, sehr oft benutzt. Auch das weiß und das braun. Braun sieht ein bisschen fleckig aus. Gefällt mir nicht ganz so. Aber da habe ich 0,5 Gramm aufgebraucht. Ich habe es fast jeden Tag benutzt in Hamburg, ja? Also zwölf Tage kann man sagen, habe ich durchgehend benutzt. Und ja. 0,5 Gramm. Das dauert ja ewig. Und drei Tage, bis das aufgebraucht ist. Da steht zwar nicht drin, wie viel drin ist. Nicht dran, wie viel drin ist, aber das ist mein siebtes Produkt. Dann haben wir einen Love Puder, habe ich mit reingenommen. Weil, ähm, ja. Man sieht hier einen kleinen Fortschritt. Kurz bevor ich nach Hamburg gefahren bin, ist nämlich die NYX Puder leer gegangen. Dann habe ich angefangen, habe ich angefangen, dieses Puder hier zu nehmen. Dann haben wir das. So, dieses Produkt. Und man sieht einen kleinen Fortschritt. Ich würde jetzt nicht sagen, unbedingt, dass es so viel ist. Ich brauche auch nicht viel. Es ist ein bisschen dunkel. Ein bisschen sehe ich manchmal orange aus. Ich sehe nicht ganz so schön auf. Aber da habe ich auch 0,4 Gramm schon aufgebraucht. In der Zeit, nur das ist ein kleiner Fortschritt. Jetzt werde ich es öfters benutzen. Na, noch öfters. Aber es ist noch nicht ganz so lange wie die anderen Produkte. Ja, ähm, da sieht man es vielleicht ganz gut, ähm, wie das aussieht. Das Tegelchen finde ich gar nicht mal so schlecht. Also von daher, mal gucken, was im Endeffekt da drin ist an dem Produkt. Dann haben wir von ELF ein Make-up. Das habe ich angefangen zu benutzen. Als der Strich hier war, in den 14 Tagen, sage ich mal, in den, vielleicht waren es auch drei Wochen, wo ich es benutzt habe, ist dieser Fortschritt erzielt worden. Ich würde sagen, noch eine Woche und dann ist das Ding fertig. Ja, ich würde sagen, noch eine Woche brauche ich dafür, denn ich habe jetzt aufgebraucht 9,6 Gramm, denn es hatte 103,7, hat jetzt 94,1, also 9,6 Gramm. Und, ähm, ja, das ist eine 20ml Flasche, die würde ich auch weiterhin benutzen. Genauso wie ich, glaube ich, diesen Mac, wobei der Mac pumpt mir nicht so viel. Nee, den Mac, den würde ich weiter reichen, Back to Mac oder was auch immer. Wenn jemand sammelt, kann er sich ja gerne melden, kann er den Versand übernehmen und dann gebe ich das dazu und das andere Tegelchen da. Aber ob sich das lohnt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich den Lip Liner noch, ähm, ja. Und wenn die Foundation von Elf leer geht, würde ich gerne die 24 Stunden Smile-to-Stay Make-up benutzen, und zwar das hier. Das würde ich dann im Anschluss einfach nochmal wiegen, wenn es dann soweit ist, und euch dann zeigen. Und dann das Setting Spray, falls irgendwas leer gehen sollte, was ich aber derzeit nicht glaube. Ja, ich zähle jetzt mal meine Produkte durch, wie viel ich habe. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Okay, ich nehme noch das Make-me-brow mit rein, ähm, dann haben wir elf Produkte. Es hat ja ein Austausch stattgefunden und eins, zwei, drei, vier Produkte sind leer gegangen. Ähm, genau, Austausch und da ist auch nicht mehr so viel drin, also das muss jetzt einfach mal, ich benutze das eh täglich, wieso nicht einfach platt machen, ne? Ich mag es einfach, schön definiert und, ja, das war mein Aufbrauch-Update Nummer eins. Wir sehen uns im September wieder. Ich hoffe, da passiert nochmal einiges, das macht nämlich wahnsinnig Spaß. Macht einfach mit. Haut einfach mit auf die Kacke und macht mit. Ich benutze noch weitere Sachen, sag ich mal. Ja, und dann ist gut. Ich hoffe, es hat euch, ähm, Spaß gemacht und wir sehen uns einfach das nächste Mal wieder. Ciao, ihr Lieben!